Hallo Leute, die Bastel-Tante meldet sich mal wieder und diesmal aus Santa Monica, am Beach von Santa Monica. Und wenn ihr jetzt hier rüber geht, dann seht ihr, wenn ihr GTA gespielt habt, wir haben hier diese blaue Brücke, dann kommt da diese Kirmes und dieser Parkplatz. Also exakt wie bei GTA. Ja, und wir gucken jetzt einfach mal, was zur Sache ist, wir werden uns jetzt einfach mal zur Kirmes begeben und vielleicht, so wenn ich da Sinn drin sehe, wird es das nächste Video geben. Bis gleich. Wir waren jetzt gerade auf der Kirmes, die ehrlich gesagt aber nicht so prickelnd ist, die ist sehr klein und eher für Kinder gemacht. Das ist einfach nur, der Amerikaner wollte Entertainment bieten. Hier sehen wir jetzt den Strand und wir werden jetzt Richtung Venice Beach laufen. Das heißt, auch wenn ihr GTA gespielt habt, werdet ihr da die eine oder andere Szene wiedererkennen. Ja, hier seht ihr jetzt hier so den ganzen Kram, der damit zu tun hat. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall mal wieder melden, wenn wir in Venice Beach sind, so denn es da interessante Spots zu sehen gibt. Also wie gesagt, Kirmes war jetzt nicht so atemberaubend, deshalb war mir das jetzt auch noch nicht mein Video wert. Ja, ansonsten, Wetter ist im Moment nicht so super sonnig, trotzdem natürlich warm. Aber ja, mir gefällt's. Bis gleich. Es ist alles super sonnig und echt geil.